So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Premiere, meine Freundin hat bei Temu gekauft, erledigt, check, ne, Teil 2 Halloween-Event angekündigt, check, was steht noch aus? Ähm, die Rocket-Invasion, ihr wisst, eine Rocket-Invasion ist das Ding, wenn Giovanni wiederkommt, mit einer Spezialforschung, in der er seinen Pokémon wechselt. Und Leute immer massenhaft versuchen, Radare zu stapeln, immer nicht wissen, wie, sich dann immer wundern, wenn sie die eine Forschung fertig haben, wieso sie nicht 10 neue kriegen, sondern nur die aktuelle, außer die, die das erste Kapitel nie abschließen und dann eine weitere bekommen und dann eine weitere bekommen und dann 50 Stück haben. Und wenn dann mal wieder Krypto-Mewtwo drin ist, sich gleich 50 Krypto-Mewtwo holen, was auch schon wieder egal ist, weil das ja dann in den Krypto-Rates war. Und, ja, gleichzeitig neben Giovanni seinem Ding wechseln ja auch die anderen Krypto-Pokémon. Es gibt direkt neue Krypto-Rates, wie wir jetzt hier sehen. Und was für die meisten am wichtigsten ist, man kann Frustration verlernen. Das ist eine Rocket-Übernahme. Frustration verlernen. Die ganzen krassen Pokémon, die ihr die ganze Zeit sammelt, die ganzen Kryptos, bei denen ihr Frustration drauf habt, als der Target, die ihr wegmachen möchtet, das nicht geht. Sag ich immer, muss man warten, bis Event kommt, wo man Frustration verlernen kann. Und jetzt ist es bald wieder soweit. Dieses Halloween. Team-Go-Rocket kehrt zurück. Giovanni setzt Krypto-Rigigigas ein. Und Krypto-Lugia erscheint zum ersten Mal bei Krypto-Rates. Also aus der Spezialforschung, wo ihr dann die drei Rocket-Bosse besiegen müsst und dann den Giovanni besiegt, kriegt ihr dann am Ende auch eben eine Krypto-Rigigigas. Ihr habt zuletzt, glaube ich, das Krypto-Rigirock gehabt. Wer den Pass dann nicht genommen hat, die Forschung, also den Radar, der könnte jetzt den letzten nehmen für Rigigigas. Und wenn die Rigigigas-Forschung anfängt, nichts weiter machen, um bis dann, was nach Rigigigas kommt, vielleicht sich das dann holen mit dem Rigigigas-Ding plus dem anderen dann so. Also so habe ich es immer gemacht, damit ich nicht, damit ich immer direkt zu Beginn, wenn was Neues da ist, direkt mir das holen kann und habe dann bis zum nächsten immer noch die ganzen Teuschrübel. Denn solange ihr den Giovanni nicht besiegt habt, habt ihr ja trotzdem überall Teuschrübel rumstehen und das feiern die meisten. Deswegen lösen die ihr Zeugs nicht gleich direkt ein. Zum ersten Mal Krypto-Lugia in den Raids. Wir hatten ja jetzt die drei Krypto-Vögel, beziehungsweise auch nicht, beziehungsweise auch doch. Ja, aber wir hatten Arctos drei Monate lang, wir hatten Zapdos dann zwei Wochen, Lava-Dos jetzt gefühlt eine Woche oder was, noch eine weitere Woche. Da blickst du doch nicht durch. Du dachtest ganz klar, jeder Vogel kommt drei Monate lang, da kommt vielleicht mal was anderes. Jetzt kommt Krypto-Lugia zum ersten Mal in die Raids. Da Gutes zu bekommen, zu einem Hundertererlösen oder das eben so nutzen, wie es ist. Okay, wird für mich einfach nur ein Pokédex-Eintrag dann werden. Im Normalfall hätte ich für meinen Apex-Lugia nochmal Bonbons gesammelt. Ich hätte geguckt, dass ich mir einen Shiny erlösen kann zu einem Hunderterer oder irgendwas. Ich hätte richtig krasse Ziele gehabt auf dem Main. Aber ich habe nur noch den Free-to-Play-Account, das heißt, ich werde einen Krypto-Lugia-Raid machen. Wenn ich es fange, bin ich damit durch. Wenn nicht, dann muss ich wahrscheinlich noch einen machen. Wie sieht das bei euch aus, beziehungsweise wann ist das Ganze denn jetzt überhaupt? Wir müssen mal hier reingucken kurz. Team-Go-Rocket-Übernahme. Vom Donnerstag, den 26. Oktober, 10 Uhr bis Dienstag, den 31. Oktober. Das heißt, genau zum gleichen Zeitraum, wie Teil 2 vom Halloween-Event läuft, wo es auch Shiny zur Ruhe gibt. Ein besonderes Gengar und besonderes Pikachu mit Halloween-Kostümen ist gleichzeitig auch die Rocket-Übernahme. Eine ganze Woche. Rettet Krypto-Rege-Gigas. Giovanni ist mit einem weiteren ruchlosen Plan zurück. Die Spezialforschung ist bis zum Ende von Pokémon Go reichlich Abenteuer am 1. Dezember um 10 Uhr verfügbar. Ihr werdet also in der diesjährigen Season keine andere bekommen. Braucht man Krypto-Rege-Gigas? Eigentlich nicht. Ein gutes Krypto-Rege-Gigas ist nutzlos. Eins, was ihr erlösen könntet zu einem Hunderter, ist aber auch nutzlos. Ich habe auf dem Main damals vier hundertprozentige Rege-Gigas gehabt. Alle haben gesagt, wer das hochzieht, der ist dumm. Ich habe gesagt, ich ziehe es hoch. Wenn es mal wiederkommt, mache ich mal Bonbons, ziehe noch eins hoch. Für die Sammlung war das schön. Ist aber ein Typ normal, machst du nix, kann nix, braucht nix, sah nur lustig aus im Beutel, weil das eben so eine Wumme ist mit mächtig viel WP. Wird für die meisten also sowieso uninteressant sein. Was eher interessanter wäre, wären die Krypto-Lugia-Raids, wo wir wieder das Problem haben, du kannst nicht einladen, die sind nur vor Ort verfügbar. Die meisten Leute werden also die Raids sehen, aber nicht spielen können. Ich gucke, dass ich einen Krypto-Lugia-Raid zusammenkriege über die Community, dass ich da ein Video machen kann. Vor Ort vielleicht geholfen wird alles, aber für mich ist es schwer. Aber ich habe eine starke Community hinter mir, die mir meistens hilft. Wie ist es für Normalo-Spieler, die jetzt auf dem Dorf sind, das wird halt wieder unmöglich. Außer man rennt mit zehn Accounts hin und macht das alles selber, aber das macht ja auf Dauer auch keinen Spaß. Krypto-Lugia ist auf jeden Fall eine coole Socke. Dadurch, dass es das Apex-Lugia gab, ist das eigentlich stärker, aber man könnte hier nochmal Bonbons holen für das Apex-Lugia, was man hat. Ansonsten, ja, gönnt euch, gönnt euch. Ist ja auch nicht nur als Raid-Angreifer irgendwo nutzbar, sondern auch in der GBL hat es seine Glanzseiten. Schatten-Pokémon. Hier werden wir mal aufgelistet, was alles jetzt neu auch als Krypto-Pokémon reinkommt. Hier steht zum Beispiel Krypto-Nebulak. Man hat das rote, saftige Augen. Das sieht richtig brutal aus. Krypto-Nebulak, Krypto-Rihon, Krypto-Schmerbe, Krypto-Cognodon, Krypto-Schilderus, Krypto-Rotomurf, Krypto-Lichtle. Ich glaube, so starke Krypto-Pokémon in einer Welle hatten wir gefühlt noch nie. Ich feiere Krypto-Nebulak, obwohl Krypto-Gänger wohl an sich unbrauchbar ist. Da will man eher ein Mega-Gänger haben. Und Krypto-Rihon ist auf jeden Fall richtig krass, weil Rihonior ist immer noch eines der besten Pokémon, wenn es um Gestein oder auch Boden geht. Ein Krypto-Rihonior ist bestimmt ein fettes Teil. Teil, Krypto-Cognodon, Suramidon, nochmal Gesteinsangreifer, da spielst du ganz oben mit. Das unbedingt auch gönnen. Krypto-Rotomurf, Stallobor, Bodenangreifer, richtig brutal. Vielleicht auch in der GBL. Ansonsten für Raids auf alle Fälle, aber das Teil sieht man ja eigentlich auch in der GBL rumschwirren. Krypto-Lichtle, ihr wisst, Gelabra ist einer der besten Feuerangreifer, einer der besten Geistangreifer auch mit dabei. Das heißt, keine Ahnung, das sind vier fette Teile, die hier dann ins Spiel reingeschmissen werden. Krypto-Raits, da war wieder das Teil, das ja wohl nicht alles aus den Rübeln rauskommt. Aber ich habe ja schon gesehen, was nützt es mir, wo auch Schlinking da war, jeden Tag meinen Pass für Schlinking auszugeben in Pokémon, mit dem man eigentlich nichts machen kann. Ich sollte vielleicht anfangen, endlich mal umzudenken, dass mir Legendäre nichts mehr nützen, weil ich keine XL dann dafür habe auf dem Free-to-Play-Account und auch nicht massenhaft Raids machen kann. Lieber also zum Beispiel ein gutes Krypto-Lichtle aus einem Raid ziehen und über normale Bonbons so eins pushen, dass du ein richtig krasses Scalabra hast. Krypto-Raits Stufe 1, Krypto-Nebula, Krypto-Slimer, Krypto-Trauenfugil, Krypto-Lichtle wäre Lichtle auf jeden Fall was, was man raiden kann, wenn man jetzt keine Mitspieler hat, wo man sich sagt, dafür gebe ich meinen täglichen Pass aus. Gibt es bestimmt einige Leute, die das auch so sehen. Krypto-Raits Stufe 3, Nidorina, Nidorino, Krypto-Golbert, ja, ne, Event-Boni, Team-Go-Rocket erscheint häufiger bei Rocket, Stops und in Ballons. Wenn ihr eine Lade-TM verwendet, könnt ihr Frustration vergessen. Aus den Eiern. Da war ich ja gespannt, denn was in dieser Season die 12 Kilometer Eier sind, darüber habe ich nirgendwo eine Info gefunden. Beim letzten Mal wurde ja Pampam als neues Shiny eingeführt. In der Season dieses Mal gab es nichts. Jetzt seht ihr hier aber nochmal die 12 Kilometer Eier. Da ist nichts Neues drin. Da ist auch nichts Neues als Shiny dabei. Hätten sie Garnovel jetzt als Shiny reingepackt, wäre das bestimmt richtig cool, aber an den 12er Eiern sehe ich jetzt absolut keine Veränderung. Feldforschung. Während des Events werden Feldforschungsaufgaben verfügbar sein, für die ihr ein mysteriöses Teil bekommt. Also, die meisten Leute werden sich auf jeden Fall freuen, wieder bei den Rockets ordentlich Staub zu machen. Die TMs zu verbraten, Frustration zu verlernen. Krypto-Lugia wird sicherlich bei vielen in der Raid-Tour geradet, bis zum Umfallen. Es ist halt sehr beliebt. Krypto-Rigigigas, glaube ich, freut sich einfach keiner drauf. Aber bei den Krypto-Pokémon, die es allgemein dann gibt, sind ein paar Sachen dabei. Das müsste ja heißen, dass es Rihorn und Cognodon sowie Rotomurf sowieso bei den Rübeln gibt oder eben bei den Bossen. Bei den Bossen wäre es noch interessanter, weil die ja gezielt dann auf den Boss draufgehen können, wenn Cliff jetzt Rihorn hat und alle stürzen sich auf Rihorn. Kaumalad war sehr beliebt beim letzten Wechsel. Jetzt wird es wohl dann Rihorn auch sein oder Cognodon, die sehr beliebt werden. So, wie sieht es bei euch aus? Was sagt ihr? Freut ihr euch auf die nächste Rocket-Übernahme? Ist da was dabei? Was sind eure Ziele? Ich werde mal gucken, dass ich vielleicht weg von den Fünfernern ein bisschen komme. Vielleicht mal so mich auch in die Krypto-Rate rein. Ich habe mit dem Main keinen einzigsten Krypto-Rate gemacht, außer halt die legendären Kryptos. Ich habe da auch keinen Krypto-Macholo gemacht oder irgendwas, was es da gab. Ich habe immer nur die legendären gemacht und die legendären Kryptos. Mit dem Habanero, Zeit zum Umdenken, vielleicht sich mal so ein Lichtl gönnen. Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, vorhaut. Euer Ramses und ciao.